Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Es geht hier und heute um die Moon Milk. Die ist ja auch bekannt als der Schlummertrunk schlechthin, weil ganz viele wahnsinnig wohltuende Gewürze darin enthalten sind und auch Ashwagandha, das heißt die Schlafbeere. Darüber habe ich ja auch schon ein ausführliches Video gemacht. Und die Ashwagandha-Wurzel hat total entspannende, relaxende Eigenschaften, schlaffördernde Eigenschaften und kann einfach perfekt dazu verwendet werden, sich diesen Schlummertrunk zuzubereiten oder die sogenannte Moon Milk in stressigen Phasen, sowohl als auch, wenn man unter Einschlafstörungen leidet oder unter innerer Unruhe oder Nervosität generell, wenn man so ein bisschen psychisch gerade nicht so ganz auf der Höhe ist, wirkt diese Moon Milk wahre Wunder, wenn man wirklich einfach viel Stress hat und vielleicht so ein paar negative Erlebnisse hatte oder gerade auch während Corona, wenn man jetzt sagt, okay, man ist den ganzen Tag zu Hause, man sieht nicht so viele Leute und es schränkt mich einfach generell so ein bisschen ein, dann finde ich, ist diese Moon Milk so wahnsinnig wohltuend. Und der Schlüssel ist einfach, probiert es aus. Meine Mischung ist einfach absolut Bombe geworden, das habe ich Gott sei Dank jetzt auch schon von euch als Feedback bekommen und zwar habe ich ja, jetzt muss ich kurz gucken, wo sie steht, eine Moon Milk Mischung in Form des goldenen Gewürzes quasi hergestellt und zwar ist das diese hier. Und diese Mischung ist quasi schon fertig, da müsst ihr nur noch einen Teelöffel Honig dazugeben und Pflanzenmilch und dann habt ihr das Ganze auch schon fertig. Ich lese euch vor, was drin ist und zwar Zimt und zwar der gute Zimt, dann Datteln, Kardamom, Ashwagandha, Ingwer, Muskatnuss und ein bisschen Ursteinsalz. Und es schmeckt einfach so ein bisschen nach Weihnachten, aber gleichzeitig auch einfach wieder so entspannend. Ich kann euch einfach nur empfehlen, probiert es aus und lasst mich wissen, wie ihr es findet. Ich habe schon echt seit letzter Woche ein paar Feedbacks bekommen dazu und ich bin sehr beruhigt natürlich, dass es euch auch so gut schmeckt wie mir und ich finde, das macht einfach süchtig. Jetzt zeige ich euch aber ganz geschwind, wie man das zubereitet. Man kann natürlich auch die ganzen Zutaten einzeln kaufen und dann einfach in die Mummel reingeben, also Ingwer reiben, dann so ein bisschen Kurkuma reiben, wer möchte. Zimt dazu geben, Kardamom, Muskatnuss, ein bisschen Ursteinsalz. Es ist allerdings relativ schwer hier so diese Nuance zu finden, dass es auch wirklich schmeckt. Teilweise wird es dann ein bisschen zu bitter. Wir haben eben auch in der Produktentwicklung ganz viele verschiedene Versionen von diesem goldenen Gewürz quasi getestet. Mal war zu viel Salz drin, dann waren die Datteln einfach zu süß, dann war die Muskatnuss viel zu bitter. Ashwagandha ist ja auch sehr, sehr bitter. Von dem her, das schmeckt einfach wirklich saugut, kann ich nicht anders sagen. Und dann achtet bitte auch noch auf hochwertigen Honig. Wo habe ich ihn denn? Hier. Ich habe da nämlich derzeit den Sommerblutblütenhonig. Den habe ich noch über. Der ist hier mir so ein bisschen ausgelaufen, aber ich glaube, ihr könnt es trotzdem erkennen. Diesen Sommerblütenhonig von Be Good. Den verlinke ich euch in der Infobox unten. Ihr könnt natürlich sonst auch herkömmlichen Honig verwenden. Allerdings solltet ihr Honig verwenden, der während der Zubereitung quasi, während des ganzen Prozesses nicht wirklich starker Hitze unterzogen wurde. Weil sonst heißt es, dass Honig auch so ein paar giftige Stoffe quasi freigibt. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass ihr die Pflanzenmilch, die ihr für diese Mohnmilch verwendet, nicht heiß werden lasst, sondern sobald sie dampft, sofort runter nehmt und dann so ein bisschen abkühlen lasst und dann erst das goldene Gewürz dazugebt. Weil die ganzen Gewürze, ganz ganz wichtig an dieser Stelle, sind hitzeempfindlich. Das heißt, wenn ihr sie wirklich mit heißer Pflanzenmilch übergießt oder auch mit heißer normaler Milch, dann gehen diese ganzen Nährstoffe oder der Großteil von den Nährstoffen in diesem goldenen Gewürz kaputt. Und dann habt ihr schlussendlich gar nichts davon. Und genau deswegen wäre das eben so wichtig, auch für den Honig, dass ihr das Ganze in sehr warmer Milch verrührt, aber nicht in heißer Milch. Ja, ich zeige es euch natürlich. Ich habe jetzt hier 250 Milliliter Hafermilch in einen Topf gegeben. Ihr könnt natürlich auch Cashewmilch nehmen, Reismilch, normale Milch, wie ihr wollt. Ich finde es am allerbesten mit Hafermilch. Ich habe es tatsächlich auch schon mit laktosefreier Milch natürlich probiert in der Produktion oder während des Produzierens. Und ich finde es tatsächlich mit laktosefreier Milch einfach auch noch sehr, 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 sehr gut. Aber ihr wisst, ich trinke so, also eigentlich nie wirklich Kuhmilch. Das heißt, ich bleibe bei der Pflanzenmilch beziehungsweise bei der Hafermilch. Dessen habe ich hier schon mal vorbereitet, was ihr sonst noch braucht. Wie gesagt, Honig und das goldene Gewürz und eine Tasse. Das goldene Gewürz beinhaltet 220 Gramm, wie gesagt. Das habe ich ja schon mehrmals jetzt erwähnt. Und ihr bekommt tatsächlich 108 Moon Milk daraus. Das heißt, wenn ihr euch das kauft, dann könnt ihr euch 108 mal eine Moon Milk mit 250 Milliliter zubereiten. Das ist einfach hier so eine Tasse. Da bereite ich dann einfach schon mal vor, während die Milch erwärmt. Ich nehme hier einen gestrichenen Teelöffel. Ihr könnt natürlich je nach Belieben auch mehr nehmen. Mir langt ein gestrichener Teelöffel und ein Teelöffel von hochwertigem Honig. So, das ist auch schon alles. Und dann gebt ihr einfach nur die sehr warme, aber wie gesagt, nicht heiße Pflanzenmilch drauf. Ihr müsst so ein paar Mal umrühren, bis sich natürlich der Honig komplett aufgelöst hat. Und dann könnt ihr es auch schon trinken und es ist fertig. Also es ist super, super einfach. Es ist wahnsinnig schnell gemacht. Es dauert ungefähr zwei, drei Minuten und dann habt ihr schon eure Moon Milk. So, die Milch ist jetzt fertig. Die ist gerade so am Dampfen. Und dann schüttet ihr das einfach in die Tasse und verrührt das Ganze. Natürlich kann man, wenn man möchte, auch noch so ein bisschen Kurkuma dazugeben. Das werde ich jetzt auch noch gleich machen. Da brauche ich allerdings noch kurz einen neuen Löffel. Ich werde aber nicht zu viel Kurkuma dazugeben. Ungefähr einen viertelten Teelöffel. Nur, dass es eine Brise von Kurkuma quasi ist, damit dieser Geschmack auch einigermaßen der gleiche bleibt. Weil Kurkuma an sich ist ja eigentlich eher bitter und ja, wie gesagt, für Curry zum Beispiel sehr, sehr gut auch. Also für Curry-Gerichte. Ja, und das ist eigentlich auch schon die fertige Moon Milk. So, da gebe ich jetzt so viel Kurkuma rein. Also wie gesagt, nur eine Prise. Dann kriegt das Ganze natürlich eine komplett andere Farbe und wird so gelblich. Aber es schmeckt auch noch genauso gut. Und ja, das ist so mein Ritual seit ungefähr fast einem Jahr jetzt. Und ich liebe es. Also Ashwagandha ist ja sehr, sehr viel eben enthalten. Das hilft mir so sehr. Und auch die anderen entzündungshemmenden Gewürze sind einfach wirklich der Hammer. Wie gesagt, könnt ihr es auch selber machen. Einfach aus euren Gewürzen, die ihr habt. Allerdings weiß ich dann nicht, ob das wirklich schmeckt. Von dem her ist es super, super easy. Ihr habt so diese fertige Mischung zum Anrühren. Weshalb ich das eben auch jetzt so als fertige Mischung tatsächlich entwickelt habe mit Lebenskraft pur zusammen. Damit es einfach nicht kompliziert ist. Und gerade in so Zeiten, wo es einem nicht so gut geht, ist es ja oft so, dass man nicht den Nerv hat, sich großartig was schnell zusammen zu mischen. Sondern da ist man dann ganz dankbar über so eine fertige Mischung. Genau. Das wäre es auch schon gewesen. Ihr seht, es geht super schnell. Ich trinke jetzt meine Moon Milk, meine wärmende. Ihr seht, der Honig hat sich natürlich auch schon komplett aufgelöst. Auch wenn die Milch nicht heiß ist, sondern nur sehr warm. Und ja, das war's. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal.